ja ich möchte meine ep wieder gebet darbringen so wer das auch wieder erledigt gut jetzt habe ich wieder 1200 ep gekriegt und dann können wir heute machen die pia schweinebacke eho eho eine ohren e alle denke an die zuschauer warum denn lass mich doch gehört dass sie null views männer es war ein witz was sagst du müssen jetzt ungefähr mit genau die höhe gehen wir in h die märz ist seine videos beginnt mit das ist doch gerade gemacht aber wobei ich nicht ganz so schrill und hoch kommt wie er niemand ist aber niemand kommt den meister an brock lesner hm true i will meet you sunday mike lyent brock lass noch bock lass na lass mal lass mal lass mal brock lass mal lass mal lass mal gut sein ja genau brock ist schon ok äh abtauchen war mit nicht o äh ich hab ich hab ich jetzt jedes mal vergesse welche taste das war ah mit x ah ich kann gar nicht runter tauchen ok ja status effekt dieses wasser ist sogar noch so tief ok das ist sogar nur knie hoch oder so ok jetzt muss ich wieder zurückrennen ernsthaft das ist das erste mal dass ich wegen einer quest zurückrennen muss irgendwo hin du wirst dich auch schon wie mike Mike? 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 Ryan? Rack! 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 Der gegen Chancina verloren hat. Durch die Queue. Ja. So ne Schande. Ich hätte wenigstens noch akzeptiert, wenn ein Cache erfolgreich gewesen wäre. Aber so. Das ist akzeptabel. Soll ja eh ein schlechter Pavilion Build gewesen sein. Von dem her bin ich froh, dass ich ihn nicht gesehen habe. Wird wohl nicht viel verpasst haben. Ja. Brauchst eigentlich nur ein Match sehen. Das war's. Und das wäre? Orton gegen Jericho. Und das ist auch nicht gerade so der Brüller. Also Orton Jericho ist nicht sowas, wo ich unbedingt sagen muss. Dafür guck ich einen Pay-Per-View. Ja dafür musst du dir die ganzen Pay-Per-View anschauen. Ich bin hier wohl bei den Zwergen gelandet. Du Zwergenfreund. Oh oh. Aua. Zauber. Oh oh. Drück 4. Ja. Zu viele Quests. Erstmal hochheilen. Bum. 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 Oh oh. Ja ganz doll. Vor allem ich heil mich und dann spawnt da schon der nächste Drecksmagier. Hm. Blöde Drecksmagier. Hashtag Drecksmagier. Du kommst mal wieder runter. Ja. Ja. Na gut. Dann muss ich mich kurz heilen lassen. Aua. 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 Heilen lassen, es hilft vielleicht, um wieder auf Kraft zu kommen. Nicht vergessen, I will meet you someday. Höher, ich kann nicht, da verreckt meine eh schon kaputte Stimme. Goldgräbergrube. Und nicht vergessen, Rusev Budrya, Rusev Matschka. Dumm, ddum, 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 ddum. Wow, dat Kamerawinkel, wow, geil. Melodie der Abscheu. Nodaci, das ist Nodaci. Neeeeiinn! Boah, komm mal. Kino Daci ist ein Schwert. Ja, klingt auch wie ein Schwert. Ich brauch kein Schwert, also unnötig für mich. Natürlich brauchst du Schwerte, ich verstehe die Frage nicht. Als Mage, ne? Ja, eben. Du kannst halt deine Schwerter zaubern. Mage, langweilig. Klasse. Die haben halt nichts Richtiges in der Hand. Was willst du mit so einem blöden Stab? Der pusht meine Zauber. Nein! Warum ich dich? Wird nicht, wahrscheinlich nach der Aufnahme bestimmt mein, meine, bestimmt mein Speicher voll. 100 Pro. Daniel muss mal ruhiger werden, so wie Jungs sagen würde. Du musst schon wieder zurücklaufen, scheißig fest, ey. Göttlich zurücklaufen. Das ist eine große Kacke. Das ist göttlich. Äh, ich häng glaub fest. Nein, oder? Nein, ich will hier nicht festhängen. Oh oh. Oh oh. Ich hab so ein lezentes Gefühl, dass es beschissen wird, Götte. Hallo. Siehst du, direkt nachdem du gesagt hast, dass es göttlich ist, wurdest du festgesteckt. Aber ich komm raus, ja. Oder auch nicht. Ach komm schon, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Yes, ich bin raus. Alles im Los. Musst du dafür nicht extra einen Rückruf benutzen. Yes. Oder du kannst auch einfach ein Welten-Tor öffnen, hier, äh, Buch der Teleportation. Brauchst du ja nicht deinen Rückruf einsetzen. Buch der Teleportation, hab ich auch nie benutzt. Ja, ist sehr schön. Ja, ist zum Beispiel anders. Thomas, bist du's? Hm. Finde den versteckten königlichen Schatz. Aha. Ich würd jetzt gern wissen, wo. Na gut, dann wär er nicht versteckt, aber egal. 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 Kann ich das hier nicht verschieben. Mir fällt mir wieder ein, wenn wir wieder bei, äh, sinnvollen Argumentationen wären. Versteckte, äh, Schätze sind versteckt. Captain, ob wir jetzt. Eben. Offensichtlich. Die Dinge sind manchmal offensichtlich. Aber auch nur manchmal. Mindblown. Pfff. Alter, wo ist dieser Blöde? Hurenschatz. Der Hurenschatz. Hashtag Hurenschatz. Der Schatz, der Huren. Da werden wir die Zähne an der Scrubs. Deine Frau ist eine dreckige Hure. Alter. Nein, nicht dreckig. Alter. Keine Hure. Ja gut, die Scrubs. Ein Gleiser, den man im Wasser öffnen kann. Das ist geil. Ja, das ist geil. Das ist geil. Oha, 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 der Realismus kommt. Dö, 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 dö. Okay, ich kann meine Questleiste nicht verschieben. Euer Ernst. Klar. Ach, da ist er. Ich sehe ihn schon. Gut, dass ich oben gesucht habe, wenn er unterhalb... Wenn er einem der offensichtlichsten Orte aller Zeiten ist. Unterhalb... Unterhalb eines Wasserfalls. Ja, M ist die beste Größe für die Minimap. Dann stört es auch nicht mit der Questliste, die ich anscheinend nicht verändern kann. Dann ist es schon gut. Voltergeist des Liebes. Bang. Gut. Äh, hallo, F? So, die Hauptpads ist zweiter Hooter-Kultisten, so wie sie ihn gar nicht mehr vor, sagen sie. Neul. Noch mehr Voltergeister. Ja. Nächsten Voltergeist. Jetzt auch mal gut mit Voltergeistern, meine Fresse. Na, wie soll ich denn heben, wenn der jedes Mal raus... Wenn da wieder ein Voltergeist jedes Mal rauskommt? Äh, gute Folge, nicht vor. Verpackt? Fragezeichen. Vercoolt. Oh, jetzt ist es zwischen zu können, oh my god. Na, komm mal. Den machen wir auch noch fertig, komm. XP sammeln. Ich kann einfach mal random Voltergeister töten. Auch wenn es eine Ewigkeit dauert. Oh mein Gott. 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 Ich kann auch da nichts aufheben, ja super. Läuft. Nein, 15 Nuten hören wir dann auf, ok. Alter, dieser Erzbischof ist viel zu stark, mann, alter. Ich hab mich voll fertig gemacht. Das ist das erste Mal, dass mich so ein Boss richtig erledigt hat. Hashtag voll fertig machen. Das alles soll mir jetzt schon mal aufhören. Mh, keine Ahnung, gut davon Das ist ja schon auch blöd, wenn wir mitten in der Quest und dann weg Ja, komm, hör mal jetzt schon auf Ja, ich hab ihn besiegt Ja, das ist das ideale Ende für dich Ja Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann und ciao Ciao, Leute Ciao